So, dann stelle ich euch mal den kleinen Luftreiniger vor. Das ist er. Jetzt ist er im Automatikmodus. An dem grünen Licht erkennt man, da er meint, die Luft wäre gut. Wenn ich den jetzt manuell höher stellen will, kommen wir hier auf die mittlere Stärke. Und das ist die höchste. So, hallo. Man hört mich also noch im leisen Modus sprechen, aber man hört auch schon, dass das Ding deutlich lauter geworden ist. Wenn ich hier drei Sekunden lang gedrückt halte, sollte er eigentlich in den Nachtmodus wechseln. Dann gehen alle Lämpchen aus, außer das Nachtlämpchen. Und hier ist die negative Ionen-Taste. Und dann haben wir da wieder den Automatikmodus. Hier kann ich noch eine Zeit einstellen. Zwei Stunden, vier Stunden oder acht. Hier wird mir angezeigt, wenn ich den Filter wechseln soll. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Die Temperaturen, luftfeuchte Angaben. Die Stimmen größtenteils überein. Ich würde sagen, die Luftfeuchtigkeit ist ein bisschen höher. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir 39% haben. Ich würde eher sagen, 49%. Der Rest ist okay für mich. Ja, das war's.